Buongiorno erstmal und herzlich willkommen zu einem weiteren Spoiler-Video, beziehungsweise diesmal geht es um Stories der Kandidaten, beziehungsweise ja, auch um Stories von Leuten, die gar keine Kandidaten sind, aber vielleicht etwas mit Kandidaten haben. Wie beim letzten Mal sage ich euch jetzt nochmal, es ist vielleicht eventuell der ein oder andere Spoiler dabei, deswegen, wenn ihr es lieber nicht wissen wollt, wenn ihr euch überraschen lassen möchtet, dann schaltet jetzt lieber ab. Ansonsten schaut weiter, alles wie immer ohne Gewehr, wir spekulieren hier jetzt nur ein bisschen rum. Wir werden in diesem Video über zwei verschiedene Paare sprechen, einmal über Gigi und Michelle und einmal über Tommy und Sandra. Wir fangen an mit Gigi und Michelle, beziehungsweise eigentlich geht es um eine dritte Person, und zwar wieder einmal um Dana. Da jetzt wieder viele sich fragen werden, wer ist Dana, die vielleicht die letzten Videos nicht geschaut haben, nochmal eine Kurzfassung, Dana war bei Iothorn in der letzten Normalo-Staffel, hatte da was mit William, es ist im Endeffekt aber nichts draus geworden, und sie war auch damals irgendwann schon mal bei Love Island. Genau, die Soldatin, falls ihr euch erinnert. Auf Instagram heißt sie Miss Feist. Okay, wir haben ja in den letzten Videos schon darüber gesprochen, dass gemunkelt wird, dass Dana was mit Gigi haben könnte. Man weiß natürlich nicht was, ob die beiden nur was Lockeres miteinander haben oder tatsächlich schon in einer Beziehung sind oder auf dem Weg dorthin sind. Sie wurden auf jeden Fall in der Vergangenheit oder in der, ja, kürzlichen Vergangenheit, wie sagt man das? Egal, vor kurzem mehrere Male miteinander gesehen, sowohl auf einem Festival, sie sollen auch zusammen im Urlaub gewesen sein und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat Dana jetzt mal wieder eine Fragerunde gemacht und die wollen wir einmal durchgehen. Die Hinweise haben sich immer mehr und mehr verdichtet. Es fing, ähm, recht harmlos, sag ich mal an, mit der Frage, wie geht es dir momentan? Und Dana sagt dazu, bin zur Zeit größtenteils sehr glücklich, das habe ich bestimmten Leuten zu verdanken. Herzchen. Hat sie das vielleicht Gigi zu verdanken? Weiter geht's mit der Frage, äußerst du dich zu deinem Beziehungsstatus oder... Schlüssel, kein Schloss, keine Ahnung, Beziehung, Schloss. Hältst du dich verschlossen? Egal, auf jeden Fall antwortet sie darauf, manchmal ist es besser, noch nicht alles von sich preiszugeben. Aha, will sie uns jetzt hopschlingeln oder ist da tatsächlich irgendwas? Ist die Erklärung dafür, dass sie sich zu dem Beziehungsstatus eben gar nicht äußern kann im Moment, weil Gigi aktuell noch bei der, nicht bei, aber weil aktuell noch die Ausstrahlung von Temptation läuft. Es würde Sinn ergeben. Und jetzt, liebe Freunde, wird es richtig interessant, und zwar fragt eine Followerin oder ein Follower, schaust du Temptation Island VIP-Meinung? So, und dazu sagt Dana, So viel kann ich noch gar nicht sagen, bin gespannt, was noch alles passieren wird. Was ich aber sagen kann, ist, dass es in meinen Augen überhaupt nicht akzeptabel ist, wenn mein Partner schlecht über mich reden würde. Egal, wie oft man gestritten hat oder sonst was, man hat nicht das Recht, die Person, die man angeblich liebt, öffentlich niederzumachen. Und ich persönlich würde bei so etwas gar nicht mitmachen, weil mir meine Beziehung zu wichtig wäre und ich bei solchen Anblicken schnell eifersüchtig werden kann. Okay, der letzte Absatz ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber der mittlere Absatz ist sehr viel sagen, denn auf wen spielt sie denn bitte an? Es kann darauf eigentlich nur eine Antwort geben, und zwar Michelle, wie Michelle über Gigi redet. Und das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden, das kann man nachvollziehbar finden oder nicht nachvollziehbar, wie auch immer. Ich persönlich, ich verstehe an sich, dass Michelle so eine Meinung von Gigi hat, weil Gigi sie ja mehrmals hintergangen hat und nicht aufrichtig zu ihr war und unehrlich war und so weiter und so fort. Ich finde, oder es wäre besser gewesen, wenn Michelle die Beziehung vorher schon beendet hätte. Ich glaube, das weiß sie auch selber, aber im Endeffekt meint sie, die Liebe ist zu groß. Ich weiß nicht, also in meinen Augen, ich weiß nicht, ob das Liebe ist, definiert ja auch jeder ein bisschen anders, was Liebe ist und was nicht. Ich würde es vielleicht eher Abhängigkeit nennen, aber wie dem auch sei, ich verstehe es auf jeden Fall, dass sie schlecht über ihn denkt, aber das zeigt eben von Anfang an einfach, dass diese Beziehung sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Ja, und dass Dana sich als außenstehende Person dazu äußert und gar nicht zu irgendwelchen anderen Leuten, über die es ja auch einiges zu sagen gäbe, wie Christina oder Alex oder meinetwegen auch Tommy und Sandra und so, nein, macht sie nicht. Also sie redet nicht über die anderen Paare, sondern sie ohne einen Namen zu nennen, redet sie hier ja ganz klar über Michelle. Wenn man sagt, es ist nicht akzeptabel, wenn mein Partner schlecht über mich reden würde, egal wie oft man gestritten hat oder sonst was und so weiter und so fort. Also das finde ich sehr, sehr verdächtig. Was denkt ihr? Dann die nächste Frage. Würdest du mit dieser Person eine Beziehung anfangen, auch wenn er viel geschäftlich unterwegs ist? Kommt drauf an. Ich bin ein Mensch, die ihren Partner oft sehen möchte. Wenn der ein bis zweimal im Jahr länger weg ist, ist es noch in Ordnung, aber sonst sind zwei Wochen schon kritisch. Hat mich sofort an Formate erinnert. Ein, zwei Formate im Jahr sind in Ordnung, ansonsten wird es kritisch. Ja, bei Gigi, der ist ja mittlerweile in doch mehr Formaten. Ich glaube mittlerweile irgendwie in nicht mal anderthalb Jahren in vier Formaten, meine ich, mit dem Dschungel eingerechnet. Aber wie dem auch sei, ist jetzt an sich kein Hinweis, aber kann man sich denken, was man will, ne? Und die letzte relevante Frage. Vertraust du deinem Partner zu 100 Prozent, wenn du in einer Beziehung wärst? Und Dana sagt, ein Grundvertrauen muss auf jeden Fall da sein, sonst kann man die Beziehung vergessen. Über die Zeit baut man mehr Vertrauen auf und auch durch Taten. Ich wurde schon oft verletzt und bin wirklich am Kämpfen, einem Menschen zu 100 Prozent zu vertrauen. Dann ist der Gigi natürlich die richtige Wahl, ne? Wenn man in einer Beziehung ist, sollte man dem Partner ein gutes Gefühl geben, was Vertrauen angeht. Man sollte einfach ehrlich zueinander sein und über alles reden können. Ja, was sie hier schreibt, ist natürlich absolut richtig und sollte natürlich in jeder Beziehung die Grundvoraussetzung sein. Falls es stimmt, dass sie sich wirklich Gigi als neuen Partner ausgesucht hat, ich weiß ja nicht, ob das so die richtige Wahl ist, ne? Vor allem würde ich mich auch fragen, okay, wenn das das Wichtige für dich ist und wenn du ja im TV alles mitverfolgen konntest und wirklich sehen konntest, was abgeht, äh, ja. Warum? Weshalb? So, was denkst du dir? Aber im Endeffekt, wie gesagt, ist es natürlich ihre Entscheidung. Menschen können sich auch ändern und ich hoffe wirklich, dass auch ein Mensch wie Gigi sich früher oder später ändern wird und, ja, einsehen wird, dass man mit Ehrlichkeit am weitesten im Leben kommt. Also ich würde sagen, zusammenfassend, die anderen Storys drumherum waren auch ganz interessant, aber die beiden relevanten Storys für uns sind ganz deutlich die Story, als sie gesagt hat, sie äußert sich aktuell noch nicht zu ihrem Beziehungsstatus und es ist besser, manchmal noch ein bisschen abzuwarten. Deutet darauf hin, dass sie vielleicht abwartet, bis Temptation Island vorbei ist und noch eindeutiger die Story, als sie sich zu Temptation Island VIP geäußert hat und in dieser Story ja ganz deutlich auf Michelle angespielt hat. Gut. Und jetzt zum Thema Tommy und Sandra. Sandra hat in ihrer Story sich nicht sofort, als sie die Folge gesehen hat, dazu geäußert. Sie hat gesagt, sie muss es erst mal ein bisschen verdauen, weil es ihr doch sehr nahe ging, was sie dort gesehen hat. Na, wir müssen natürlich bedenken, dass die Kandidaten auch viele Szenen das erste Mal sehen, weil sie ja zum Beispiel die Lagerfeuer der jeweils anderen Personen überhaupt nicht kennen. Und Sandra hat jetzt ein paar Nachrichten von Followern geteilt und was dazu gesagt. Und zwar, eine Person hat ihr geschrieben, also jetzt mal ehrlich, ja, es war etwas nah, aber kein Grund, da nur ein Drama draus zu machen oder eine Beziehung in Frage zu stellen. Sandra antwortet darauf, nein, sehe da auch absolut keinen Grund für Drama. Dafür waren die Bilder einfach harmlos. Aber Tommy liebt ja Probleme. Ja, wissen wir, dass Tommy Probleme liebt. Meistens eher, wenn die Probleme andere Leute betreffen und wenn er da selber ein bisschen Trash-TV quasi gucken kann. Wahrscheinlich nicht so sehr, wenn es ihn selber betrifft, aber ja, grundsätzlich stimme ich eher dazu. Klar, sind die sich da ein bisschen nah gekommen, da mit dem Streicheln und Arm drumlegen und so, aber also die Reaktion fand ich halt auch komplett überzogen, ehrlich gesagt. Ja, eine andere Person sagt, oh mein Gott, hab gerade die neue Folge angeschaut. Wie süß ist Tommy bitte, der Arme. Hoffe sehr, ihr seid noch zusammen, ihr seid einfach ein Traumpaar. Und Sandra sagt dazu, süß, Fragezeichen, er gibt mich und unsere Beziehung sofort nach ein paar Bildern auf. Er sagt, mit so einer will er nicht zusammen sein. Ja, danke dafür. Das ist auch das, was mich persönlich ein bisschen gestört hat. Also ich kann nachvollziehen, dass Tommy emotional wird. Ich kann nachvollziehen, dass es eine schwierige Situation ist, weil ja auch die Produktion die ganze Zeit deinen Kopf, äh, dein Kopf, oh mein Gott, deinen Kopf hopschlingeln will. Aber die Aussage, mit so einer will er nicht zusammen sein, fand ich schon richtig, richtig krass. Ich weiß nicht, ob er es wirklich so gemeint hat im Endeffekt, aber das war schon echt, also als hätte Sandra da ihn schon betrogen und mit einem anderen geknutscht oder so. Aber okay. Tommy hat daraufhin quasi auf Insta, auf Sandra Story geantwortet und hat geschrieben, wenn es nicht schlimm ist, intensiv Augenkontakt zu haben, dich streicheln zu lassen, andere zu streicheln, eng zu tanzen und einfach generell sehr viel Körpernähe zuzulassen und das alles von Männern, die nicht dein Freund sind, dann haben wir nicht dieselbe Meinung, was Respekt, Liebe und eine Beziehung bedeutet. Vor allem, wenn man mir vorher sagt, dass man sowas nie zulassen würde. Also tut mir leid, wenn mich das emotional macht und ich anscheinend überreagiere, in Anführungszeichen, das zu sehen. Aber so bin ich halt. Okay. Ja, das Ding ist, ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann verstehen, dass man emotional wird. Ich kann verstehen, dass man vieles auch nicht so richtig einordnen kann und sich sowieso da mehr Sorgen macht, weil man nicht sofort zu anderen Personen gehen kann und die Sache klären kann und auch einfach nicht weiß, was dann noch passiert und so. Es ist einfach ein reinster Kopf, ja, also Kopfgeschlechtsverkehr sozusagen. Ja, das kann ich alles verstehen. Trotzdem fand ich es zu drüber einfach die Reaktion und gerade dieser eine Satz mit so einer will er nicht zusammen sein, den fand ich echt schon ziemlich krass bei solchen Bildern. Also wie gesagt, wenn sie da mit einem anderen geknutscht hätte oder irgendwas anderes im Bett geschlafen oder was auch immer. Aber das, was bis jetzt passiert ist, ich weiß eben nicht, was noch passieren wird, ob sie da wirklich fremd gehen wird oder was auch immer. Aber was bis jetzt passiert ist, fand ich, ja, nicht so schlimm, als dass man so reagieren müsste. Ich finde es gut, dass ein Mann wie Aurelio, ja, ein Mann wie Aurelio eben da ist, der zu ihm gesagt hat, ey, das war nicht so schlimm. Schlecht ist natürlich, wenn du dann Leute wie Gigi dabei hast, der auch quasi aufspringt. Also bei Gigi weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wie viel Show dabei ist für die Kamera. Aber Gigi ist ja auch nicht wirklich die Person, die sich über Körperkontakt mit anderen Leuten irgendwie aufregen müsste. Wir haben ja auch alle gesehen, dass Gigi seine Hand in dem Schoß an der Momo von Thülei hatte und solche Sachen. Also Gigi sollte da vielleicht nicht die Person sein, von der man sich noch aufstacheln lässt, sondern eher dann vielleicht eine Person wie Aurelio, die versucht, einen ein bisschen runter zu bringen und zu sagen, ey, chill, ne, es ist nicht so schlimm, wie du jetzt vielleicht denkst oder wie du dir vielleicht ausmalst. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, im Endeffekt habe ich viele Storys von, ach Quatsch, viele Nachrichten von euch auf Insta bekommen, in denen ihr mir geschrieben habt, also entweder, ah, das ist ja quasi ein Beweis dafür, dass die beiden nicht mehr zusammen sind, weil die sich quasi auf Insta jetzt so ein bisschen biefen, oder skeptische Nachrichten, dass ihr es komisch fandet. Und ich habe erst das eine und dann das andere gedacht. Also erst dachte ich, okay, krass, ne, die stressen sich jetzt auf Insta und äußern da, geben da ihre Statements ab und so. Das ist ja doch noch eher ein Hinweis darauf, dass die beiden tatsächlich getrennt sind. Kurz darauf dachte ich mir allerdings, es ist irgendwie komisch, es ist irgendwie zu auffällig und es hat mich sehr an Sandra und Julia, also die andere Sandra, Sandra Janina und Giuliano damals erinnert in der letzten VIP-Staffel, weil die beiden sich ja auch recht oft auf Insta öffentlich gestritten haben während der Ausstrahlung. Es ging da manchmal auch um sie selber, aber ganz, ganz oft ging es eher um Paulina und Henrik, weil Sandra sozusagen Team Paulina war und Giuliano war mehr Team Henrik. Und falls ihr euch erinnert, haben die beiden sich ja auch des Öfteren gestritten, wo ganz, ganz viele Leute der Meinung waren, okay, wenn die sich öffentlich auf Insta streiten, dann sind die ja bestimmt kein Paar mehr. Im Endeffekt waren die beiden zu diesem Zeitpunkt, also die haben sich ja erst kürzlich getrennt, aber die beiden waren da ja tatsächlich noch ein Paar, haben sich tatsächlich auch gestritten über die Folgen, wie sie später erzählt haben, also immer wenn eine neue Folge rauskam, gab es tatsächlich dann Streit zwischen den beiden, die sie dann manchmal auf Insta getragen haben, aber im Endeffekt waren die beiden noch zusammen. Und deswegen denke ich mir so, vielleicht besteht noch eine Chance, dass Sandra und Tommy irgendwie zusammensitzen und entweder darüber lachen, wie sie uns hopschlingeln oder vielleicht sind sie zusammen und streiten sich aber tatsächlich nach den Folgen, weil sie jetzt immer wieder noch neue Sachen sehen, die sie nicht wussten. Also zum Beispiel sieht Sandra jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal, dass Tommy zu diesem Zeitpunkt aufgrund dieser Bilder gesagt hat, ja mit so einer will er nicht zusammen sein und ist deswegen angefressen und die beiden streiten sich zur Zeit, sind aber noch zusammen. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Lasst es mich gerne wissen und ich sage für heute wieder Tschüss!